ARD Text im Auftrag von Funk Aber am Sonntag guck! Ja Chris, du hast keine Ausreden mehr. Was ist das? Ich hab's vor zu gucken. Wer, wer, wer dacht hier was für Ausreden? Ich hab's auch vor zu gucken. Das Problem ist bei mir halt das, je nachdem hochgucken und halt Geld. Gucken muss ja nichts mit Geld zu tun haben. Was war das grad Chris? Das war's grad. Ich hab's gar nicht gesehen. Rollhack 2.0. Ich hab grad, siehst du die 3 Löcher? Guck Mario, Mario. Siehst du diese 3 Löcher? Ich hab grad blind reingeschossen. Und ein Headshot reingedrückt. Er sagt, du hättest Aimbot. Ja, hallo, ich hab da 3 Mal einfach so reingeballert. Und ein Headshot kaputt. Ja, dann hätt ich ja schon nach einem Schuss ihn umgebracht. Ja, ich tue noch weiter. Hibana macht auf. Im Garage ist IQ. Und der Hibana. Servers clear. IQ und Hibana immer noch im Garage. Ist doch noch jemand. War das der, den ich getötet hab? Ich glaub das war der, der jetzt tot ist. Deine Beine. Bei mir direkt. Hier, Klaus. Wo das mehrere Fenster geöffnet wurde. IQ und Hibana. Ne, Hibana ist immer noch da. IQ sehe ich grad nicht. IQ und Hibana beide noch in der Garage. Server ist immer noch clear. Treppe, Treppe ist einer. Mario, unter dir. Umut bitte piekst nicht. Bitte Umut nicht. Ok. Danke. Weil die Banner hat Arkog, du hast Rot. Gib hier Saures. Alter, ich hab die richtig hart erwischt. Oh, die hat sich gebastelt, Alter. Egal, ich hab sie trotzdem noch. Egal, sie hat so gekackt. Ja. Sie ist richtig am ausrasten. Da war's immer noch clear. Wo bist denn du, Alter? Du tötest jetzt mit dem Even Eye, Alter. Du tötest jetzt mit dem Even Eye. Bei mir. Bei mir liegt dort in der Füße an. Mit Hibana ist gleich. Ja, schön. Du bist nicht unter die Tür durch. Hast du nicht unter die Tür. Alter, ich hab sie... Chris, ich sag nur, dass du fehlst. Ja. Also, mit jedem Schuss 5 HP abgezogen. Leg ein C4 an der Tür. Ich bin tot. Ich bin tot. Lesion, Küche, tot. Bleib einfach im ausgefahrenen Schild, Mario. Geh mal rein in den Raum. Und lenk die ab ein wenig. Abkann, Ella, Lesion. Ich treffe mich. Abkann, Ella, Lesion. Ich treffe mich. Abkann. Abkann. Und jetzt bleiben wir da stehen. Und beobachte und warte, wo er ist. Die anderen gehen jetzt raus aus dem Raum. Raus aus dem Raum. Rechts. Fang. Da ist er. Er kommt. Er kommt. Take it up. Oh fuck. Danke. Danke für den Boost. Ich bin ein Ace. Ich werde jetzt ein Ace machen. Mit Ansage. Ups. Rennen aber nicht in Kapkans-Rabs rein. Doch mach ich. Mit Ansage. Mit Ansage. Genau. Fuck, ich wollte hier nicht hin. Keiner darf jetzt Kills machen. Hallo. Chris. Komm zurück. Schläge. Das zählt nicht. Ich ne, irgendwie ist er wieder runtergegangen. Das war ein Unfall. Ich wollte ihn nicht töten. Aber er hat, äh pass auf, Kapkans-Rabs auf. Wo? Wie sehen die aus? Überall. An Türen, an Fenstern. Allo. Da ist schon mal einer ausgenockt. Tut mir leid, das ist irgendwie noch auf einem Unfall fast. Ich hab schon wieder einen umgebrochen. Ah, eine Falle. Ich hab zwei Kills gemacht. Aber, wolltest du nicht Ace machen? Der wagt den anderen noch am Heilen. Wie schön. Das ist ein Ace. Hallo. Ich bin Ace. Ich bin Ace. Ich mach Ace. Äh. Nein. Du hast mich früher getötet. Ich war grad noch. Guck mal. Ich hab ihn noch gerettet. Und Scheißdreck hast du gerettet. Du hast mich getötet. Du hast mich nachlassen. Du hast mich nachlassen. Ich fand Sledge, äh, cooler als dich. Ich möchte kotzen, aber. Da kommt nix raus. So viel essen kannst du nicht, ne? Hi. Wir mögen dich. Echt? Ja, du bist unser Idol. Wohl. Krass. Das liegt bestimmt nicht daran, dass du Arsch da hast. Und wir sprechen jetzt nicht von Geld. Ähm. Ja. Kurz. Mal ein bisschen Konzentration. Huch. Diffuser. Für einen Safety Kill hab ich fünf Schüsse gebraucht. Okay. Michi. Michi, kennst du, äh, Unmuts Nachnamen? Ich würde mal kurz sagen, dass ihr mal kurz leicht sein könnt. Entschuldigung. Also. Die Füße liegt drüber. Auf damit, Alex. Ich wüsste, ich werde das bereuen, ne? Das mit dem Foto. Welches Foto? Ich würde dir nie wieder dick wichsen. Ja, sorry. Deiner sieht halt gut aus. Scheiße. Hab ich gehört. Das ist auf jeden Fall auf Aufnahme. Und nachnimmst du grad auf? Nachträglich? Also. Wie gesagt. Unser Chat Let's Play. Wo wir so random Sachen sagen. Ist immer noch gut. Ich nehm auf eine Runde Chat Roller. Och man. Ich will auch ein paar Kills. Dann sag mal. Du witzst leise. Ich hab ja mehr als du. Lass dir wachsen schon. Oh, die pusht durch. Ja, das ist der Fuse. M-M-M-M-G. Nein! Wie hab ich nichts getroffen? Ich hab's gemerkt. Ich geh nicht auf. Mach aus. Was ist das? Ja, das wär so easy gewesen den zu ficken. Ich bin irgendwie an dem Böslein. Ah! Und, der Chris lacht mir schon aus. Bin kurz demuted. Hä? Hä? Alter, was? Ja, von Reiz. Ich bin weir. Oder von hinten? Ah, von hinten, da siehste, Setze. Okay. Alles klar. Aber hallo, drei Leute, ne? Die haben überhaupt nichts gecheckt. Der Maestro ist hinten bei Archives. Ja, ich weiß. Okay, der saft nicht. Ja, vielleicht. Ach, das bist du. Ach, du. Okay, das ist gut. Ich bin gerade in ein bisschen Camps. Ach jo. Hast mich gerade angerissen. Ja. Ja. Bei hinten wäre Spiral. Ähm. Oben ist der. Ist ein Tor, Alter. Ist ein Tor, Alter. Ach komm, du kannst ja. Reloading. Schön. Warum machst du das mit der Kerathos? Du hast doch noch deine normale Waffe. Die ist überhaupt besser. Oh Gott. Deswegen bin ich mit der Kerathos. Weil sie einfach besser ist. Drip Main Weapon. Immer Kerathos. Ja. Warte. Kerathos. Still. Da Bang. Nee, ich will vor. Mach mal. Zuerst. Kannst du durchkriechen? Kannst du durchkriechen? Eine Truppe einer voll. Nee, nee. Krabbel rein, Alter. Da kommt niemand. Da kommt niemand. Geht nicht, geht nicht. Du bist ein fettes Stück Scheiße. Okay, dann geht weg. Geh weg. Warte, lass mich mal. Doch, geht. Alter, geht mal weg. Du hast zu hoch. Du hast zu hoch aufgemacht, oder? Ja, geht da weg. Wari, jetzt verbiss dich. Alter, Alex. Wir machen nix. Was machst du da? Du kannst dich da durchkriechen. Du musst wenden, also du musst durchkriegen. Ich bin gerade schon rein drinnen gewesen. Ja, wow. Das war ein Pisch. Ist das denn alles ernst? Toll. Warte. Ich hasse nicht. Angriff. Eine Ender in der Tür. Ich habe mich nicht in der Tür. Ligert in der Tür. Oh, du bist voll in meinem Visier. Oh, ich bin so. Ja, was? Blasch ist ein? Okay. Ich dachte, du deckst dich ins Bett. Deck vom Blue. Oh, ey, das kann doch nicht wahr sein, genau in hier bin ich 20 HP, genau wenn ich nicht hinschaue. Patrick, rein mal durch zu mir. Gib mir den, äh, die Gäber, ich fände her. Oder du fändest ein Eckes-Megge, ja. Ach das, wen ist doch drin? Danke, call out! Muss ich hören, dass die hier drin ist. Boah, ficken. Ah, call out. Der ist wahrscheinlich außen rumgerannt. Der war wahrscheinlich die ganze Zeit im Blut drin. Der war auch echt die ganze Zeit. Toll. Dieses Papier, als dass ich hier in der Schüssel... Ist der Haus drin am Monty? Du bist Monty. Ähm, ähm. Wollt grad sagen. Ja. Zum Glück war die Kavira... ...so freulich. Ich weiß nicht, was in der Ecke ist. Kann da einer mal gerade drum? Dann ja. All cameras access und da ist es nur... ...ganz hinten durch. Was? Ist das dein Ernst? Schau's an, warte. Schau's an. Warte. Was? Was? Irgendwie um Alex rumgeschossen. Hehehe. 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 So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Hehehe. 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 Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Hehehe. 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 Hehehe.